hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paraderos viel spaß dabei damit ich den nicht verliere bringe ich den auch direkt mal mit kommst klar ich schmeiße den ersten die schon mal eben drauf diese frau geht noch voll ab ich will abhauen den zweiten schmeiß ich auch drauf dann haben wir auf jeden fall schon mal vielleicht knochen safe wo ist sie ist hier oben schnauze umher blöde kuh und ich habe die nicht so sie ist auch kaputt sehr schön aber offenbar schon mal ein paar knochen gefällt mir so die ersten knochen sind am start bauen wir doch gleich mal unseren sperr um was brauchen wir dafür alles drei knochen perfekt ich habe offenbar den besseren sperr schon wir waren dass das war doch dieser sperr 33 knochen brauchst du zwei tuch und den sperr verdammt dunkel hier ich mache mal anstatt rechts klick links klick mir ist warm ja ist ja gut so ich gebe mir glaube ich eben erst mal ein stück medizin dann trinke ich mal einen soda und dann passt das glaube ich erst mal ist ja nicht so dass wir so wenig haben ja wie viele knochen hast du hier ist einer drei ok ich komme mit der steuerung noch nicht so ganz klar so komm her wo ist er da vorne ist er den hauen wir weg das war es mit ihm hier ist noch einer kann das sein eine frau muss noch rumlaufen ne die habe ich schon so dann darfst du dir die knochen noch gönnen dann können wir uns die ersten ein oder zwei rüstungsteile schon mal basteln ja wenn man keine ahnung wie viel man dafür braucht was brauche ich jetzt noch glaube das ist zu wenig sechs knochen brauchen das ist wieder ausgerüstet so tragen ein knochenteil habe ich sechs knochen brauchen das machen wir für ein rüstungsteil alles klar das hätten wir schon mal ähm feuer nee wie war denn das jetzt hier nochmal flugachse ist nach oben irgendeinen knopf musste ich glaube ich drücken um was zu machen um auf meine axt wieder zu kommen okay da habe ich hier knochen 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 und jede menge sogar ja ähm wobei eigentlich die axt will ich gar nicht kann mir ja schon mal bogen bauen ne aber die liegen am stand bei den schildkröten in den koffern da gibt es sportpfeile für so karbon pfeile richtig so zwei stück neben dir neben mir ach da ach mir ist schon wieder warm klatscht denn mir einfach eine ok den habe ich mal in eine ecke gedrängt hier erledigt der andere ist im wald gerannt gut dann haben wir schon wieder das nächste opfer gefunden den hauen wir hier auch gleich drauf leuche jagen der war schnell hier noch ein paar vogelfedern finde könnte ich mir die ersten holzpfeile bauen hier sinkt noch einer ich habe ihn sie da ist er ok ich gehe mal eben kurz auf den knochen gucken bevor die die spawnen noch ist er nicht durch lass mich noch ein bisschen durchgaren hier brutzel brutzel dann haue ich mir in der zeit mal einen snack rein boah der hat mich gehauen der hat dich gehauen ich bin so gut wie ok dann komm zurück ich komme zu dir ich liege du liegst alles klar alles klar der hat mich zweimal gehauen ich bin irgendwie rein dann belebe ich dich mal schnell wieder hast du schon knochenrüstung angehabt nein noch nicht aber ich glaube es hier liegt dynamit ach was das sollten wir auf jeden fall auch wo ist unser feuer hin hier ausgegangen na sowas dann kannst du dir hier aus dem pfiffi auch noch mal ein stück knochenrüstung machen wenn ich am verhoren bin ist es klar wenn man mir eine mit gibt ja wo ist denn er bei mir direkt vor mir in der kommission ne bei mir nicht dann hast du das aufgehoben da kommt der nächste zwei wieder alter was ist das für ein nest hier stimmt mit den leuten nicht ich glaub das liegt an dem baum an dem baum oder weil wir in dem hier ein dorf rumhängen ja du holst dir die knochen wenn die da raus kommen ich guck mir die beiden hier mal an ich nehme die alle auseinander so der ist hin da sind schüler einer ist hier immer noch drei stück gewesen aua 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 haut er mir meine rüstung weg ja komm ja du auch noch kannst du auch weg laufen option lasse ich dir jetzt schon mal die nächsten fürs feuerchen geht aber schnell aus ich glaub das man muss das glaube ich auch permanent mit äh blättern beheizen damit das auch länger anbleibt so zwei solche knochenrüstungen habe ich jetzt angezogen ok ich muss mir gerade ein neues bauen hat er mir nämlich kaputt gemacht ne nicht kombinieren tragen ist die taste so ok da sind's welche drei stück ne ein ein ja aber der haut immer wieder ab da ist gerade einer geplatzt die knochen sind alle weg ok oder auch nicht so jetzt kann ich mir mein zweites stückchen bauen das feuer ist verschwunden soll ich neues bauen ah ja ist das kaputt gegangen ich denke mit der zeit verbrannt wie jetzt war das das normaler feuer oder so ein lagerfeuer äh das war nur so ein kleines normales kann ich wieder so ein kleines machen oder? ja es reicht erstmal glaube ich und es brennt korrekt und ich habe auch schon wieder einen knochenspender gefunden alter das ist aber was ist denn los hier die sind auch nicht man kommt auch gar nicht dazu hier irgendwie groß mal was zu starten zu machen ich meine gut jetzt ist eh gerade nacht ich würde mich hier jetzt nicht wegbewegen wollen großartig naja nicht wirklich auf große Tournee können wir am Tage gehen ich würde mir gerne mal ein Tierchen zu essen suchen aber auch die sehe ich nicht ich habe ein Lurchfleisch ein oder zwei eins ok aber das heißt ja hier muss er nicht kann ja noch ein zweites finden aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden leider ich krieg diesen Koffer hier nicht auf ja das kenne ich auch hier ist Dynamitri kannst du aufmachen kannst du haben Dynamit? ja nimm erstmal mit nimm erstmal mit wenn du willst ich hab sie aber jetzt habe ich irgendwas getrunken ach das nervt mich hier mit der eulen Tastenbelegung wollte den Vogel kaputt machen ist er natürlich weg soll ich so ein trockenen Gestell machen? ne lohnt sich glaube ich noch nicht ähm also wenn du Hunger hast schau dir dann Fleisch drauf ich habe auf jeden Fall noch ein paar Snacks du musst ja nicht ja das vier habe ich auch noch sechs ich neb das Fleisch auf so ich habe noch vier Knochen wenn du willst kann ich dir noch welche geben dann kannst du dir das dritte Rüstungsteil basteln ich habe acht fast acht ich habe jetzt drei Rüstungsteile angezogen ist hier nicht irgendwo auch was drin was man aufsprengen kann oh oh Vogel setz dich hin schade hätte ich ja gerne jetzt erwischt Klamotten anziehen will ich nicht ja ich hole mir erstmal noch den ein oder anderen Snack rein hier so und ne und soda damit bin ich erstmal wieder frisch gestärkt und wenn es hell ist ich würde vorschlagen wenn es hell ist dann gehen wir los und suchen oder fangen mal an zu suchen dass wir vielleicht ein schickes Plätzchen finden wo wir unser Traumhaus bauen mhm das hört sich gut an ja ne ähm was ich halt grad mal gucken will ist nicht in irgendeiner Hütte hier was zum aufsprengen vielleicht aufsprengen? ja zum aufsprengen kann sein dass hier manchmal Sachen also das siehst du ja auch wo du was sprengen kannst oh das Laufen ist anstrengend ja auf diesem Stick die ganze Zeit rum zu drücken ne hier nicht ne äh anscheinend nicht in der der Gegend hier schade 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 hier ist auch noch Dynamit ja sag Bescheid wenn du nicht mehr tragen kannst dann komm ich ja hier liegt jede Menge soda stimmt könnte ich mir auch noch was auffüllen wenn die noch für mich hier auch noch liegen ja liegen noch ja zack 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 so alles wieder voll also soda ist hier auf jeden Fall massig Döcker können wir gut gebrauchen hier sind kaum Totems hallo 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 lady erwischt so so wie war das mit Blätterwein schmeißen da da fachen wir mal ein bisschen an das Feuerchen so es wird langsam hell oh okay der ist ähm hier ist auch direkt der erste Höhleneingang wo wollen wir da rein gehen wo wird sie jetzt schon in eine Höhle gehen so ohne alles nein nein lass mal gut ich überleg nur Höhleneingänge wollen wir uns die alle mal mit einer Farbe markieren dass wir die alle nach und nach absuchen können und wenn wir drin waren machen wir eine andere Farbe so das weiß ich gar nicht wie man Markierungen setzen kann überhaupt ähm ich ja wenn ich sie finde Signalflagge da so mit R1 ich würde sagen wir machen die alle mal gelb und wenn wir drin waren machen wir sie rot hört sich gut an okay ja jetzt ist langsam hell wir haben alles was wir brauchen gehen wir weiter gucken wir uns mal um